Willkommen zurück zu einem weiteren Vlog. Ihr seht, es regnet. Wir sind jetzt gleich dabei, Foodshopping zu betreiben, wenn man das so sagen kann. Hier hat der wöchentliche Einkauf. Hier ein kleiner Tipp, den ich euch mitgeben kann, wenn ihr Mühe habt, auf eure Steps zu kommen. Parkiert nicht gleich neben dem Eingang, sondern neben dem Parkplatz, der am weitesten entfernt ist. Wir müssen da ein bisschen abwägen, also wir wollen nicht zu weit weg parkieren, weil es regnet und ich will auch nicht zu nass werden, von daher irgend so ein Mittelding. Gott sei Dank hat es einiges weniger Leute als letzten Samstag. Da war eine große Wiedereröffnung bei uns beim Aldi und die hatten da einen Stand, wo sie gratis Bratwurst und Semmel verteilt haben. Also ich kam auch ein bisschen zu spät, wenn ich ehrlich bin. Ich kam so gegen 11 Uhr letztes Mal und es war die Hölle los. Du liefst auch durch den Parkplatz und überall der Geruch von Bratwurst und du denkst dir so, okay, ich habe gerade mein Porridge mit asozial tiefen 40-Camp Oats gehabt, eine Bratwurst. Ja, die würde jetzt definitiv ja auch nicht schaden, aber wir sind natürlich mit den Augen auf dem Ziel. Yes, jetzt geht es Food Shopping. Ja, nichts Spezielles. Ihr werdet sehen. Ich werde so die Kamera versuchen, so ein bisschen fancy im Einkaufswagen zu platzieren. Mal schauen. Ich hoffe, dass uns da niemand abwinkt und ja, let's go. Tschüss. Musik 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 Alright, nach dem Einkaufen ging es dann auch direkt ins Push-Training. Wir mussten hier beim Push-Training etwas mehr Gas geben, weil ich später für meinen Klienten Jackson gut erreichbar sein musste. Gestartet, wie immer, mit einer Side-Tippe-Variation. Hier diese Variation, die ich neu drin habe, habe ich mir von Alberto Nunez abgeschaut. Große Range of Motion, guter Stretch und ein Mid-Range Challenge. Richtig geiles Movement. Danach ging es weiter zu Hamstring-Inclined Press, die ich ja jetzt seit drei Wochen wieder drin habe. Ihr seht es einfach vom Alignment her, ich kann hier wirklich die Brust zu einem guten Masse, zum limitierenden Faktor machen, ich kann auch gut grinden, ich kann gut Stabilität aufbauen. Von daher für mich ein fantastisches Movement. Danach ging es weiter zu Cybex Shoulder Press. Die wird einfach extrem, extrem hart in der Verkürzung. Also hier der beste Tipp, den ich euch mitgeben kann, wenn ihr näher ans Muskelversagen kommt, schaut darauf, dass ihr entsprechend die Exzentrik weiterhin kontrolliert. Je mehr ihr beginnt, die Exzentrik unkontrolliert werden zu lassen, zu verschnellern, desto mehr Stabilität müsst ihr wieder aufbringen. Ihr müsst ein Gewicht, das schneller in Bewegung ist, in die Gegenrichtung bewegen. Das bedarf euch mehr Kraft. Das heißt, ihr entlasst wahrscheinlich, wenn ihr die Exzentrik beginnt zu beschleunigen, eher was auf der Strecke. Danach ging es weiter zur Hamstring-Fly-Maschine. Für diejenigen, die die Videos schon im Slang verfolgen, die wissen, dass ich hier eigentlich die Kafft-Variation am Kabelzug drin habe. Ich habe hier mal wieder die Hamstring-Fly-Maschine probiert, weil auch der Kabelzug wieder besetzt war. Und ich muss sagen, die gibt schon guten Stimulus. Ich habe die in der Off-Season immer drin gehabt und jetzt auch wieder inkludiert. Danach Rear-Delt-Fly, Quick & Dirty, ein Rest-Pause-Satz, also wirklich sehr, sehr gute, also effektive Wiederholungen, wie man so schön sagt, in kurzer Zeit, um noch etwas Zeit zu sparen. Danach noch die Hamstring-Fly-Maschine. Diese Maschine hier wird in der Verkürzung oben ein wenig leichter, das heißt, es macht Sinn, sich später in einer Einheit im Programming drin zu haben, da ihr später mit mehr Ermüdung Mühe habt, in die volle Verkürzung zu kommen. Ist jetzt auch hier, partielle Wiederholungen, am Ende werden immer mitgenommen, die sind euer Freund. Danach gehe ich noch weiter zu Trizeps und Waden, hier zuerst mit Cable-Extensions. Auch hier bin ich auf die bilaterale Variante gegangen, einfach um ein wenig Zeit zu sparen, weil dieses Workout war wirklich getrieben. Ich will versuchen, so effizient wie möglich durchzukommen und by the way, siehe da, ich habe die Numbers alle gematcht. Danach noch Waden heben und Overhead-Triceps-Extensions. Das war gleich wie beim nächsten Clip, wenn sie mit nebeneinander, konnte ich auch hier im Superset machen. Also, Quintessenz für euch. Wenn ihr Workouts effizient durchbringen müsst, dann werdet ihr meistens merken, okay, ihr könnt die Performance sehr, sehr gut helfen. Und die Performance wird sehr, sehr gut helfen. Also, ich weiß, was die Nacht zu sparen. Ich weiß, was ihr Physik ist, und ich weiß, wir sind sehr spot-on, ebenso die Qualität ist nicht so, wie ich möchte. Ich sehe, was ich zu sehen. Yesterday evening, ihr Physik war ein bisschen spiel, was wir eigentlich wollte. Und ich denke, wir sind jetzt ziemlich auf die Dots. Die Spirations sind da. Wenn ihr durch die Poses ran, dann habt ihr das Gefühl, ich kann eine Pumpe sehr schnell. Okay, ihr habt es gesehen. Ein Klient von mir, Jackson aus den USA, in der Nähe von San Diego, ist gerade an seinem Show-Day. Ich bin sehr, sehr hyped auf die Show-Pictures und hoffe, dass... Ja, es ist eher eine kleine Show, also von dem her, ich hoffe, dass irgendwo ein Instagram-Account live geht und ich da so viel es geht verfolgen kann. Auch wenn das natürlich bedeutet, ja, das ist mein Schlafrhythmus diese Nacht. Ja, ziemlich off sein wird. Im Vergleich zu uns sind sie ja... Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß noch, wenn wir 5 Uhr abends haben, haben sie 8 Uhr morgens. Was auch immer das für eine Zeitverschiebung ist. Auf jeden Fall, das ist halt part of the game. Das ist part of my job, but I love it. Ich habe jetzt wirklich versucht, den ganzen Tag auch die Arbeit schon so früh es geht zu erledigen, dass ich für ihn reaktiv sein kann, dass ich wirklich, wenn er mir eine Nachricht schreibt, ich in Sekunden antworten kann, damit wir hier jetzt wirklich nahe beieinander sind, auch wenn wir eine große Distanz haben, um entsprechend das bestmögliche Paket abzuliefern. Bislang hat alles wunderbar funktioniert. Wir hatten jetzt gerade den AM, also Early Morning Form check, bei ihm war halb 7 und wir sind spot on. Also ich blende euch hier ein paar, vielleicht auch schon Show-Bilder ein, nein, zuerst hier ein paar Update-Bilder von morgen. Er war am Abend davor leicht spilt, also der Look war ein bisschen überladen, genauso wie wir es haben wollten und er ist wirklich on the dot aufgewacht. Jetzt behalten wir einfach diesen Look, schauen, dass die Fette auch akkurat hoch sind, damit wir hier wirklich die Cups im System halten können, die Verdauung auch ein wenig vernachlässigen können und dann, ja, heißt es, mal schauen, wann er auf die Bühne geht. Das ist noch ein bisschen unklar, also die Organisation an diesem Werkkampf ist nicht so, wie ich das eigentlich gewohnt bin. Es ist auch, ich sag mal, eine kleinere Show, aber wir werden sehen. Wir müssen einfach jetzt schauen, dass wir flexibel sind und dann, sobald wir mehr wissen, dann entsprechend sofort planen, anpassen können und einfach alles wirklich ready haben, um das Ganze so stressfrei wie möglich und natürlich dann auch, je nachdem, so reaktiv, so schnell wie möglich, ja, vollziehen zu können und damit er hier ein gutes Stage-Paket abliefern wird, aber ich denke, das kommt gut. Er ist jetzt etwas um die 70 Kilo, ist auch nicht der grösste, aber für das, dass er knapp zweieinhalb Jahre trainiert, denke ich, kann sich die Form absolut sehen lassen und wenn alles gut läuft, werde ich ihn dieses Jahr auch noch live sehen, dazu aber vielleicht in einem anderen Video. Und ja, wir werden jetzt diese Season gemeinsam enden und werden dann in zwei Jahren nochmals angreifen und dort werde ich definitiv dann auch an den Wettkämpfen vor Ort sein. Yes, ich habe mir auch schon jetzt mein Post-Workout-Meal gegönnt. Ich musste das Training, wie ihr gesehen habt, ein bisschen effektiv gestalten. Es war jetzt anderthalb Stunden, was für mich doch schon relativ schnell ist. Jetzt noch restliche Arbeit erledigen, bevor es dann mit meiner besseren Hälfte in die Heimat geht, wo wir entsprechend Abendessen werden mit ihrer Familie. Ich habe natürlich alles dabei, wie immer, aber trotzdem diese Flexibilität, die gönne ich mir und werde dort halt ja nebenbei wirklich sehr, sehr reaktiv sein müssen und auf WhatsApp erreichbar und hier und da auch telefonieren, Formupdates machen. Ist halt part of the game, aber sie verstehen es und sie unterstützen das, was ich mache und das ist sehr, sehr wichtig. Schaut, dass ihr ein Umfeld habt, was euch supportet, no matter what. Ja, ich glaube, die Optik hier, die kann man sich schon sehr, sehr gut gönnen. Wir sind jetzt angekommen in der Heimat, gleich geht's Abendessen. Für mich, ich habe natürlich, wie gesagt, mein eigenes Essen dabei und hier einfach gleich ein kleiner Input für alle, die eine Wehkampfprep machen und sich von solchen Occasions, sag ich mal, wo ihr mit Familie essen geht etc. bewusst fernhaltet, versucht dort, solange wie möglich entsprechend teilzunehmen, weil ihr müsst euch immer bewusst sein, das Ganze, was ihr hier macht, ist ein Privileg. Das heißt, ihr seid nicht diejenigen, die bemitleidet werden müssen, die ihr eigenes Essen dabei haben müssen, die verzichten müssen, sondern ihr seid diejenigen, die bewusst verzichten. Andere Menschen auf diesem Planeten, die haben keinen Zugang zu Essen, die müssen hungern und ihr macht das alles bewusst. Also seid euch dessen wirklich aktiv bewusst, dass ihr in einer privilegierten Situation seid und dass ihr hier entsprechend nicht die Leidtragenden seid. Und dann ist so ein Event, so eine Social Occasion wirklich ganz anders und ihr könnt die in einem ganz anderen Licht betrachten. Und es fällt euch auch einfach, ja, deutlich, deutlich einfacher an solchen Events noch teilzuhaben und Freude daran zu haben, weil das ist schlussendlich das Wichtigste. Wenn ihr Zeit mit euren Liebsten verbringen wollt, wollt ihr auch Freude haben. Yes, jetzt habe ich Hunger. Ich habe Bock auf mein Gemüse, Bock auf mein Reis, Bock auf mein Fanta Zero. Man sieht sich zum nächsten Clip. Willkommen back. Wunderschöner, guter Morgen für mich. Wenn ihr das seht, wahrscheinlich abends, da ich das immer so gegen 18 Uhr hochlade. Mit einem, ja, gut aussehenden, aber trotzdem an carb-anteilmäßigen, asozial tiefen Porridge. 40 Gramm Oats sind jetzt da drin. Also heute ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ich werde nachher dann vorm Abbilder machen und dann muss ich erzählen, ob wir noch einen oder zwei Tage weiter low gehen. Aber sehr, sehr wahrscheinlich ist heute der letzte Tag vor der BNBF, an dem wir nochmals einen zusätzlichen Push gemacht haben. Also wir haben nochmal 50 Gramm Carbs und Training Days und Non-Training Days reduziert, um noch ein wenig flacher zu werden. Das waren jetzt schon, ja, muss ich sagen, gute, harte Tage. Auch gestern der Office Day war... Ich wollte eigentlich zuerst am Office Day noch etwas mitfilmen, aber habe dann einfach gemerkt, okay, nee, da muss ich mich wirklich darauf fokussieren, Athlet zu sein und einfach meine Boxes zu ticken, um entsprechend das beste Outcome zu ermöglichen und diesen Tag so gut es geht zu überstehen. Dazu Supplements, Omega-3, Magnesium und Vitamin D3. Magnesium habe ich jetzt erhöht von 300 Milligramm auf 450 Milligramm, da mir dies ein wenig hilft, einerseits am Abend, wenn ich es nehme, herunter zu kommen und aber auch andererseits ich einfach jetzt, ja, doch mit den Kalorien-Makros schon sehr, sehr tief bin und da einfach auch den Verlust an, ja, Magnesium-Mineralstoffen, was du sonst eben durch die Nahrungsmittel aufnimmst, ein wenig auszugleichen. Und ich habe es schon ein wenig gemerkt, ich werde die Dosis nochmals erhöhen auf 600 Milligramm und das Feeling ist einfach schon ein wenig besser. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich danach auch noch ein wenig mit Zink experimentieren, aber das werde ich euch ebenfalls wissen lassen. Yes, jetzt gibt es hier Meal Nummer 1 und, ja, dann noch ein kleines Review zu der Performance von Jackson, worauf ich sehr, sehr hyped bin. Und da es halt gerade hier draußen so richtig, richtig schön ist, werde ich dieses Review auch gleich hier machen und damit dieses Video auch abschließen. Ich gehe jetzt da ein wenig profitechnisch auf eine Seite und versuche euch dann hier entsprechend Ausschnitte von Stage-Videos von ihm einzublenden, damit ihr auch ein wenig eine Ahnung habt, wie das Ganze so an einem Wettkampf in den USA aussieht. Wie gesagt, es war in jedem Fall ein kleiner Wettkampf und dementsprechend war die Organisation, muss ich sagen, auch nicht so sonderlich gut, also es war sehr hektisch. Wir wurden dann ordentlich überrascht, als wir, ja, einige Vögel im Hintergrund wurden gerade auch überrascht. Wir wurden dann ordentlich überrascht, als es dann wirklich plötzlich einfach losging und sie sagten, okay, jetzt sei eine Klasse, muss Backstage. Obwohl wir eigentlich alles schon eigentlich eingeplant hätten und uns eigentlich so ein wenig auch einen Spielraum gegeben haben, wann wir in etwa dran sein könnten, wurden wir, wie man es so schön kennt, von einigen Shows. Wir wurden dann ein wenig überrascht, haben aber trotzdem noch rechtzeitig das Pre-Workout hineingekommen bekommen. Die Form konnten wir sehr, sehr gut halten. Seit dem Morgen, an dem wir aufgestanden sind, sind so rund gegen 6.30 Uhr aufgestanden und Stage-Time war dann so gegen 1 Uhr Nachmittags Ortszeit, was bei mir schon Mitternacht war. Also der Tag danach war ich ordentlich am Arsch, aber ich liebe das, ich liebe es einfach hier, meinen Athleten zu supporten und es war eine geile Show. Die erste Show für ihn, wir wurden Vierter in einer starken, sehr, sehr guten Klasse von den Open Lightweights von sieben Leuten. Wir hätten auch bei den Union starten können, wo ich, als ich das Teilnehmerfeld gesehen habe, wahrscheinlich sicher gewesen wäre, dass da Top 2 drin gewesen wäre. Nichtsdestotrotz wollten wir Open starten, einfach weil es da die Möglichkeit gegeben hätte, dass man sich beim Natural Mr. Olympia qualifizieren kann, aber all good. Man hätte Dritter werden müssen, wurde Vierter, wie das halt so ist im Bodybuilding, das Judgingfeld, da wo es hinfällt und man versucht sich halt auf diese Sachen zu konzentrieren, die man konzentrieren, auf die man sich fokussieren kann. Das heißt auf sich selbst, auf die Performance und dann fällt das Placing dahin, wo es hinfallen soll. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar Learnings mitgenommen. Learning Nummer 1, auch bei ihm, wir hören Magnesium noch deutlich deutlich, da wir mit Krämpfen zu kämpfen hatten und am Show Day einfach weniger Aktivität. Die Beine sind uns etwas zugelaufen, je später es wurde und von daher das, zwei Learnings zusammen mit dem Posing, an dem wir noch einen Feinschliff machen werden. Und dann geht es, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 20. September nochmals auf die Bühne. Zeus Classic heißt der Event. Einfach geile Namensgebung in den USA und darauf bin ich auch schon wieder extrem, extrem hyped. So, jetzt gibt es aber erstmal dieses Meal und danach catch ich euch zur letzten Sequenz zu diesem Video. Schonmal jetzt, danke vielmals fürs Zuschauen und wie immer für euren Support. Ich finde das mit dem Hashtag Game in den Kommentaren eigentlich noch ziemlich cool. Und von daher, für dieses Video, ich denke er lautet der Hashtag, Hashtag Jackson, einfach für seine Performance an seiner ersten Show. Hat er richtig gut gemacht, der Junge und da bin ich hyped auf die zweite Show. Richtig gut, auch wenn es asozial tiefe 40 Gramm Oats sind. Und, dann sehen Sie los aus, bis jetzt Gud. Bis bald. Och purple. ¡B connecting aufское Hierzu! Nämlichヤ Hugelotch Musik Alright, wir sind jetzt vor dem Gym angekommen, es steht eine Push Session an und diese Sequenz fand ich jetzt noch, oder diese Sequenz möchte ich jetzt noch gerne ins Video einbauen, weil es so schön ein wenig das hin und her zeigt, was in einer Prep mit euch passiert. Die Show von Jackson, wie wir dort performt haben, all diese Eindrücke, die ich dort als Coach, auch wenn ich natürlich nicht direkt vor Ort war, was ich aber bei seiner nächsten Saison 2024 definitiv sein werde. All diese Eindrücke, die haben mir für den Moment wieder ein Hoch gegeben, wo ich wieder mehr Drive für diesen Prozess hatte und auch wo ich im Prozess wieder ein wenig wachsen konnte. Aber gerade jetzt, heute der letzte, in diesem Sinne Tag, wo wir nochmals den Deck weiter forcieren, also minus 50 Gramm Carbs und minus 50 Gramm Fette haben, stehe ich jetzt vor dem Gym und muss sagen, ich hätte gerade auf alles andere mehr Lust, mehr Bock als auf ein Training. Ich habe gerade den ganzen Vormittag, jetzt ist es so halb zwei, also ich habe seit, ja, ziemlich genau sechs Uhr in der Früh, habe ich gearbeitet, Check-Ins durchgeballert, ein Setup gemacht, Content produziert etc. Und ich bin einfach nur müde. Also ich habe momentan jetzt gerade einfach keinen Bock auf dieses Training und solche Momente, die gibt es immer wieder. Ich würde am liebsten jetzt einfach schlafen gehen, ein kurzer Nap und danach mit dem Training, der Markus den Tag beenden. Aber diese Option lasse ich nicht zu, weil einfach mein Mindset derart geprimt ist, dass es für mich keine andere Option gibt. Aber ich möchte euch trotzdem hier einfach auch aufzeigen, dass auch ich diese Struggles habe. Jeder hat diese Struggles und jemand, der auch sagt, hey, die Prep, die war im Kindergarten und ich habe, jedes Training hat Bock gemacht, ich habe mich aber auf jedes Training, habe ich mich gefreut, jedes Training hatte ich einen guten Stimulus und einfach alles hat gepasst. Der lügt einfach. Der lügt oder er war halt bei weitem nicht da, wo, ja, bei diesem Lean-Nest-Standard, der heute einfach auch verlangt wird auf der Bühne, damit ihr ein gutes Placing habt. Also, seid euch bewusst, wenn ihr preppen wollt, es wird euch alles abverlangen. Der Schluss, es wird euer ganzes Leben einnehmen, das braucht man nicht, schön zu reden. Ihr werdet alles in diesen Prozess hineingeben müssen, um am Tag X Bestform auf der Bühne haben zu können, weil es ist fucking hard. Jedes Molekül in eurem Körper wird euch am Schluss sagen, hey, nein, hör auf, schlaf nicht mehr, iss, beweg dich nicht, spar Energie ein, ich will nicht in diesem State sein und das ist wirklich der Moment, an dem euer Mindset on point sein muss. Yes, und das ist auch das, was mich jetzt durch diese Einheit pushen wird. Ich gehe all in, ich lasse, auch wenn ich gar keinen Bock habe, ich habe ein Ziel vor Augen und ich lasse keine andere Option zu, als dass ich die Bestform auf die Bühne bringe. Danke vielmals für euren Support, das war es mit dem Video. Ich hoffe, wenn ihr das seht, das ist eine kleine Motivation für euch, wo auch immer ihr euch in eurem Prozess befindet. Gebt Gas und verfolgt eure Ziele und bis zum nächsten Video.